Herzlich willkommen bei Karin Knorr Ernährungstraining. Wir sind gerade von der Arbeit gekommen und schieben Kohldampf. Da dachten wir uns, wir machen einen kleinen Beluga Linsensalat und der ist ganz ganz schnell zubereitet. Hinter der Kamera steht heute das letzte Mal Elena. Hallo auch von meiner Seite. Ja was brauchen wir denn für den Salat? Wir nehmen hierfür Beluga Linsen. Das sind so schwarze. Mir gefällt mir gefällt das super gut, weil das optisch was her macht im Salat. Dann nehmen wir ein wenig Gemüse, Tomaten und Paprika, Feta Käse und grünen Salat sehe ich da auch noch, eher grüner Salat und zum abschmecken Salz, Pfeffer, Öl und wahrscheinlich wenn man mag. Knoblauch können wir nehmen und ein wenig Essig oder Zitronensaft. So jetzt haben wir die Linsen abgewaschen und es war eine Tasse, die tun wir jetzt auch hier in den Topf. Und zwei Tassen Wasser drauf. Und das Ganze wird dann 30 Minuten ungefähr gekocht, dann sind die Linsen fertig. Als erstes kochen wir die Linsen und als nächstes nehmen wir das Gemüse, schneiden das klein und werden das dann in der Pfanne angewiesen. Jetzt würzen wir das Ganze noch, das kann auch nach Folie geschehen, mit Salz und Pfeffer. So, jetzt werden wir das Ganze für euch noch mal verkosten. Sieht doch hübsch aus, ne? Ja, ich werde den dann noch mal probieren. Und das ging super schnell. Hey, wie lange haben wir denn jetzt gebracht? Etwas... Halbe Stunde. Ja, die Linsen haben halt etwas länger gekocht. Aber der schmeckt super lecker. Auch für jede Jahreszeit was. Und da ist ja auch alles wieder drin. Reichlich Gemüse. Ja, Gemüse, Eiweiß, Ballaststoffe. Und ich bin auch gerade mit dem Peta-Käse, der unter den lahmen Linden ein wenig geschmeißen ist. Ist das super. Ja. Okay, das war es dann wieder von uns. Wenn ihr mehr Tipps, Tricks und neue Ideen von mir haben wollt, dann abonniert meinen Kanal Karim Knorr Annäherungstraining. Ja, genau, das war es dann schon.